Ich habe gerade ein neuer Schotterzug hier vorbeigefahren, ich habe leider nicht aufgenommen, war kein Speicher mehr frei, aber Leute, da kam gerade so eine ganze, also die heißt 2016er Lokomotive, mit ein paar Schotterwaggonen auch am Vormittag sind auch gefahren, ich war auch in der Schule, aber egal Leute, bis zum nächsten Video, ciao.